Was steckt hinter VC Trade? Und warum setzt die Helaba auf diese innovative Plattform? In nur zwei Minuten wissen Sie mehr. VC Trade ist ein zentraler, hochsicherer Marktplatz für Private-Debt-Transaktionen. Hier kommen alle Kapitalmarktteilnehmer in einer innovativen, volldigitalen Handelsplattform zusammen. Emitenten, Arrangeure und Investoren. Dabei setzt VC Trade neue Standards im Hinblick auf Transparenz, Effizienz und Digitalisierung. Aber wie genau funktioniert diese Kombination aus Marktplatz und Infrastruktur eigentlich? Das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. VC Trade setzt genau da an, wo bisherige Lösungen Schwächen haben. Hohe Transaktionskosten, hoher manueller Aufwand, Informationsasymmetrien und Medienbrüche. VC Trade löst diese Probleme mit einer zentralen, digitalen und innovativen Plattform. Manuelle Aufwände werden reduziert und so wertvolle Ressourcen gespart. Die breite, internationale Investorenbasis wird über ein einheitliches Kommunikationsmedium jederzeit optimal, transparent und synchron informiert. Und die Elaba? Sie nutzt ausschließlich VC Trade für die Anbahnung, Vermarktung und Syndizierung von Schuldscheinen. Warum? Von der Mandatierung bis Zurückzahlung erzeugt die Digitalisierung des gesamten Lebenszyklus von Schuldscheindarlehen große Vorteile und Effizienzgewinne für alle Marktteilnehmer. Das Etablieren von neuen Marktstandards für Abwicklung und Lifecycle Management bedeutet höhere Sicherheit, einfachere Prozesse und nachhaltige Reduzierung von Zeit und Kosten. Der digitale, papierlose Prozess hebt Transaktionen also auf ein ganz neues Niveau. Elaba und VC Trade – wir bringen die Digitalisierung voran. Nachhaltig.